Da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur... Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Na ja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätzer. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist doch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja am wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment. Um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, Herr Zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren. Richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Ja, mal sehen. M-m-m-m-m.